Genau. Kein Wehdan. Chieselmittel. Hm. Keine Wehdan. Wird auch so Pollen an der Weh. Müll, Schwarz und Dreck. Was gibt's im Job? Alles Gutes. Wird auch. Wird auch. Wird auch. Wird auch. Alter. So that's what it's called. So I'll be able to add some salt or some salt. So I'll be able to add some salt, so I'll have it. It's a cold, but it's just like that. You don't have a cold, but we will just let it go. I love you. Let's do it. Okay, take it. It's so cold. Schau mal in den Text, was ich heute da alles machen will. Oh, oh. Go in here, go in here! No, 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 here! hier es 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 Was ist das? Das ist eine Musik, oder? Vapor Genesis, den Ultimation der Diengast-Grid. Geistdägen für Power mit einer Extra-Aussehersong-Grid. Untertitelung des ZDF, 2020 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 6 Kilo oder so, ist egal. Ah, kein Leg! Guck, Digga! Okay. Komm später um. Ja, wie viel Uhr? Ich kann nur bis 1. Guck mal, wie viel weg... Ah! Ah, Leg! Oh nein, Digga! Was ja... Ey... Äh... Zeit mal... Schreib mal richtig, Digga, was für ein Tag ist. Was heißt das? Zeit mal... Wie... Tages... Was ist wie... Hä, was ist der Lava, du? Äh... Wie... Kommt, du die alle beim Hüte-Digger! Kommt! Alter! Der über vor, dass wir es malen! Gut, 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 gut! Ach so... Gut, 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 gut! Ach, Digga, gut, gut! Guck mal, die sind wirklich richtig, weil Robben! ich kann nicht mal bauen. Hallo, hallo. Oh Mann. Oh nein. Das war ein Blutscher. Dummkopf. Hahaha. Junge, Justin, Digger. Ich bin so scheiße, Adel. Ja, kann bleiben. Man merkt, dass ich zwei Tage nicht gespielt habe. Man merkt das halt. Also nicht so richtig. Ich habe mir vielleicht eine halbe Stunde zu spielen. Zehn Minuten. Guck mal, wie scheiße, Alter. Tut, Laser, das andere. Braille, Job. Oh! Debt mir meine Eier. Und zeig deinen Retakes. Ja, okay, ich geh an. Aber nicht. Ich bin los. Ey, ich bin los, Digger. Was soll ich machen? Warte. Ey, bitte kommt kein Penner mit, Digger. Ich schreib mal auf, was ich anders spiele. So, irgendwie Solo oder so. Oder Team. Du oder Steam. Allein mit Team. Oder allein mit Team. Also ich bin mit dem Bots. Was hast du geschrieben? Oh nein. Oh nein, bitte geh nicht rein. Verpiss dich. Ja, okay, er ist nicht drin. Nein, er ist drin. Junge, verpiss dich doch. Egal, ich kann dir auch so zeigen. Der ist einfach gar guck. Guck, Digger. Wie scheiße bin ich. Ey, ich spiel nie wieder mit Metall. Guck, ich kann... Ja, besser, leh. Also ich kann keine richtigen Highlands. Take it. Warte, Jasti. Ich guck dir. Ich hör gleich, was für mich drin ist. Guck gleich. Krasse. Take it. Ich bin gleich Solo, aber das nur Pump benutzen. Was? Nein, das ist echt zu viel. Also soll ich Solo gehen und nur Pump benutzen? Ah, ich weiß warum. Nein, 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 nein. Warte, ich kill ihn kurz und dann... gehe ich rein, ja. Oh, schlecht, Digga. Alter, der rasiert mich. Der rasiert mich. Warte, du darfst nun. Wann bist du rausgegangen? Geh mal WhatsApp. Oh, scheiße bist du, Mann. Okay, ich geh WhatsApp. Was ist? Ich guck dann zu. Haha. Junge. Junge, was heißt? Hefe hat jetzt was geklippt. Der weg. Geh mal, Mohammed Builder und das erémortet mich. Weißt falls ich weiß. Oh, 환se glow cheensens, cryin' five hafest, can but 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 meet. Und zwariate mach'n das im них, die sch sola Going好, ich sourING me up. Ich weiß. Ey, Justin. Wann kommst du so an? Okay, ich soll einen versuchen. Okay, warte. Ich versuch. Also, auf jeden Fall. Ich kenn einen. Also, ich kenn den hier. Warte. Auf den, ich kenn den. Äh, was mach ich da? Dann musst du... Hä? Irgendwie so. Dann irgendwie so. Ah. Er rippte doch. Und dann irgendwie so und so. Ich kann das halt nicht, Digga. Ich guck noch den anderen. Kurz. Ja, okay, den kann ich. Justin. Den kann ich nicht tun. Wie hast du das gesehen? Ach, Philipp. Ich kann's halt nicht. Ich kann's halt nicht. Ich bin einfach viel schlecht. Ich guck. Nicht den du... Nicht den, den du kannst. Ja, aber Justin. Ja, aber Justin, welch dann? Ich hab, ich hab's gemacht. Den ich kann. Also, den ich nicht kann. Also, den kann ich auf den nicht. So. 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 Ach, Digga. Ich bin los halt. Warte. Falsch. Falsch. Ich kann den halt nicht. Oh. Ey, das... Ich kann den nicht. Ich bin mit den zwei Treppen. Hä? Auf den so? Ach so. Den hier. Den? Den? Den. Oh die Schnauze der will ist, Digga. Kannst du mal nur den. Ganz für mich. Ganz für mich. Oh, das schlecht sind ja alle. Guck mal, die Sterne alle. Guck mal, den Pennen an. Gott hat ihn richtig tief in den Kopf geschickt. und nenn. Hör doch auf, Digga, Bots. Guck mal, Bots benutzen nur diesen Müll, alle. Ich benutze ihn auch gleich, wenn ich zu dir sage. Ich weiß nicht, schnauze, der ist nicht. Warte, dass ich gucke, was hast du geschrieben? Das Video, was ich dir geschickt habe, davon den letzten Retake. Junge, die kann ich nicht, Justin. Halt die Schnauze da drüben. Oh, scheiße bist du, Alter. Aber ich auch. Nein! Du Gauland. Warte. Warte. Versuch ist behindert schwer, mach mal, haha. Ach, Junge. Ich will Solo spielen. Soll ich gleich Solo, aber du darfst entscheiden, mit welchen Waffen ich spielen darf. Scheiße bist du. Einfach nur Scheiße bist du. Hey, hier ist noch einer. Halt die Schnauze, Digga. Junge, was ist, mach den Tag, den ich dir meinte, den ich meinte. Hä, welchen meintest du denn? Meintest du den hier? Wo ich so mache, warte, also ich habe vor Augen jetzt wegen Dings, wo ich so, weil du so mache? Oder meintest du den, wo ich, wo du ganz normal... Irgendwie so? Hä? Nein. Oh nein. Ach, Junge, warte mal. Ich fag... Ich... Ich habe keinen Bock mehr mit ihm, Digga. Ich fag mich unbedingt ab. Und du auch, Alter. Nerv nicht. Meine Power hat nicht getroffen. Du bist super rostig. Digga, wer hat mich gerade eingeladen? Wer ist das? Digga, wer ist das? Digga, Mann, U.S. Da, wer hinweht. Scheiße, Gott, du wirst ihn lassen. Ich muss mich gucken, Kilder, mach ich doch. Ach egal, komm doch. Ähm, welche soll ich machen? Denen kommt nie zu den letzten. Justin, lass mich jetzt nur oder so. Was soll ich jetzt spielen? Justin! Ey, Justin, ich mach jetzt einfach nur kurz einfach Team. Guck kurz, wer alles an ist. Warte. Ah, nur einer. Ich mach nur jetzt ganz schnell Team. Also Solo-Wirst-Team. Ähm, ja. Oh, was hast du geschrieben? Spiel Solo-Only-Pam. Nein? Ja, okay, ich mach. Schreib mir dann mal über die ganzen... Guck mal, ja. Ja, okay. Spiel Solo-Only-Pam. Willst du den Shop sehen? Hier, was ist den Shop? Und der ist... Dieser scheiße Raptor, keine Ahnung, mit seinen Flossen. Diese Frau... Ah, diese Pickaxe, die ist echt cool. Der sieht fresh aus, oder? Ja, der... Da ist das... Den wollte ich mir holen. Kein Bock gehabt und sonst nichts. Ähm, Justin... Wollte ich nun den skinnen? Was hast du geschrieben? Wo? Der Shop ist Müll. Oh, ja, ja, ja. Welchen Hänggleiter soll ich nehmen? Hier steht sogar, welche Season... Season 1? Nice. Doch, doch. Welche Sensi soll ich nehmen? Äh, welche Pickaxe? Ich hab' so viele, ne? Eins, zwei, drei... Äh, die, 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 die... Schreib in den Chat. Ich hab' so viele, ich hab' auch die hier und die hier. Ja, das war's. Also, ich würde eigentlich die hier nehmen. Welche nimm sagst du, welche ich nehme? Nimm, was du willst. Ja, okay, ich nehm' die. Die Dings nehm' ich nicht. Oh, Mann. Okay, okay. Solo nimm. Only Pump. Heißt, ich darf nur mit Pump spielen. Spiel. Uff. Das sind die Quali gut oder das ist die Scheiße? Oh, nein. Ich würd so reischissen wie Billi in Windeln. Ich würd so reischissen wie Billi in Windeln. Oh, wohin soll ich gehen? Oh, nein. Ich würd so reischissen wie Billi in Windeln. Wo soll ich landen? Ey, wenn da das Schark landet mich raus raus. Weil da ist gar ein Grappler, Digga. Muss ich mitnehmen, muss ich einfach. Er hat geschrieben. Du darfst nur Pump, außer wenn ein Gegner bei DS ist und du keine Pump hast. Du darfst nur... Ja, okay. Ich darf nur Pump, aber wenn ich keine Waffe habe und ein Gegner steht vor mir, darf ich natürlich die AR oder die Pistole nehmen und mich umbringen. Aber wenn ich sobald eine Pump sind, darf ich nur mit Pump spielen. Okay, sag mir, wo ich landen soll. Guck die Karte an. Ah, halt geschrieben. Und... Gelaset. Du verlängst so viel von mir, Digga. Kann ich nicht plüsen begehen? Och, nein, Digga. Ja, okay, ich geh dahin. Ich geh dahin, juck mich nicht. Ah, scheiße, Digga. Das ist so verrecken. Und, natürlich. Und, ja. Wie ich verrät, du hast dich auch keine Bock mehr. Justin, wann darfst du unten kommen? Das ist so, um 11. So. Und. Und, komm. Ach, Mann, du, ja. Ging mit Pump? Nee, scheiße. Kommt jemand mit? Okay, das ist... Ich kann kurz nicht den Chat sehen, was du gesagt hast, was du schreibst. Ich kann kurz nicht... Ein, zwei kommen mit. Einer... Nee, einer. Sie hat zwei kommen mit. Ich muss ihn nur mit Pump holen, ne? Scheiße. Ah, Kisse. Schmutz. Oder nicht. Pump, bitte. Nein. Ach, Digga. AR. Pump. Ja. Ich bin so unlucky gerade, Digga, ne? Hey, hier ist sogar ein Gegner. Ja, Digga. Nein, komm her. Oh, ich bin los, Digga. Ich warte ein Boot. He he. Ich bin zugegangen. Benni, komm her. Ja. Äh. Ich kann ihn ganz schießen. Was hast du... Was sollst du schreiben? Trink, Biggie. Geh, vielleicht komm ich rum. Ja, nice, Digga. Bitte. Wie geht's mit. Was? Ich Trink, Biggie. Weeggie, weeggie, weeggie. Take the sea, so. Ai, la, 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 la. Ey, das Ding ist, ich habe nur ein paar... ...Money, also ich habe noch zwei. das ist nur bei job ich mich jetzt um mein gott noch eine paul ich will doppelt kommen wenn das obwohl das nicht Ich werde so sterben. Okay, wo ist hier noch einer? Hier ist noch einer. Oh nein, ich darf die Account nicht... Oh nein. Du editierst so langsam, du weißt, ich zu schnell. Ja, ich weiß, ich weiß. Kannst du mal ein bisschen mal auf? Was ist schön aus? Ich will jetzt ohne Pump für dich, Digga. Oh nein. Keleck! Was hast du geschrieben, Kerlet? Guck ja gar nicht um. Junge, was soll ich machen, Mom? Der Penner war einfach übel zu hoch. Junge, ich musste ohne die Pump nachkommen. Was soll ich machen? Und dann... Komm, Daddy, komm rein. Wir haben einen kleinen schmunkigen... Okay, ich will jetzt... Team! Das ist ein Solo-Wil-System. Das entscheid mal, was in den Chat, wenn du noch drin bist. Ah, du bist noch drin, ja. Spiel jetzt, was du willst. Hahaha. Junge, bei mir steht immer Null. Spieler gucken grad zu, aber 35 Nachrichten. Naja. Ich muss mal schauen. Was ist das? terrifying. Ganz klar. Ganz klar. Ganz klar. Ganz klar. Baba, okay. B便B便B便B便B便B便B Keut nur bots als da Lassen guck zu, ich mach epischen jetzt auf Andi. Lamar! Lamar! Das ist eine kleine Musik. Das ist eine kleine Musik. Digger! Was soll ich machen? Hau rein Leute, wir sehen uns!